Eka Pada Viparita Mastaka Sparshasana Eine Variation der Taube. Svenja zeigt, wie es geht. Ausgangsposition ist der Fersensitz. Von hier setzt du dich neben den Fuß und gibst das andere Bein nach hinten. Also zum Beispiel ist die rechte Ferse an der linken Hüfte und das linke Bein ist ausgestreckt. Dann beugst du das Knie und fasst mit beiden Händen an den Fuß und gibst dann den Fuß zum Kopf. Wenn du mit dem Fuß tatsächlich den Kopf berührst, dann ist es tatsächlich Eka Pada Viparita Mastaka Sparshasana. Es heißt nämlich mit einem Fuß auf umgekehrte Weise den Kopf berühren, Stellung. Eka heißt 1, Pada heißt Fuß, Viparita heißt umgekehrt nach oben, also Fuß zeigt nach oben und Mastaka, der Kopf, Sparsha, berührt den Fuß. Eka Pada Viparita Mastaka Sparshasana ist eben die eigentlich die Taube Grundstellung und damit Kaputasana. Mehr Informationen über die Taube Kaputasana auf unseren Yoga Vidya Seiten wiki.yoga-vidya.de